Ich teste gerade die Spotlight-Funktion einer neuen Drohne und habe ein neues Hoverboard am Start. Damit kann ich also zwei Produkttests miteinander verbinden. Leider passt sich die Belichtung der Drohne hier entsprechend der Umgebung an. Da muss ich noch herausfinden, wie man das Ganze in der App locken kann, fixen kann. Was macht ihr denn diesen Samstag? Seid ihr auch mit eurer Drohne unterwegs?